Europa besteht aus einer großen Eurozone. Und die Eurozone ist ein Zusammenschluss von Ländern, die gesagt haben, wir machen eine gemeinsame Währung. Die aber die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik, die Steuerpolitik nicht harmonisiert haben. Damit haben sich die Länder sehr weit auseinander entwickelt. Insbesondere Deutschland ist vorgeprescht als Exportüberschussland. Und andere Länder wie Griechenland sind in Probleme geraten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man eine gemeinsame europäische, eine gemeinsame Lösung für die Eurozone auch findet. Weil nur gemeinsam kann man aus dieser Krise auch herauskommen. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie darum geht, die Schuldenlast insgesamt zu beseitigen. Sondern wir brauchen eine Abkehr von der Austeritätspolitik. Wir müssen endlich aufhören, nur mit Sparen, mit Kürzen, mit Belastungen der großen Mehrheit der Bevölkerung letztlich Wirtschaftswachstum einzudämmen. Und müssen versuchen, eine vernünftige Refinanzierung der Schulden hinzubekommen. Dazu muss die Europäische Zentralbank eingebunden werden. Dazu brauchen wir europäische gemeinsam verwaltete Anleihen. Also die sogenannten Euro-Bonds. Aber wir müssen auch gemeinsam das Bankensystem in den Griff bekommen. Sonst bekommen wir wieder Krisen, wie wir sie jetzt auch im letzten Mal gehabt haben. Deutschland ist sehr zentral. Deutschland ist die stärkste Ökonomie. Deutschland ist das Land, das am stärksten von der Einführung des Euro die ganze Zeit profitiert hat. Deutschland ist das Land, was jetzt am meisten profitiert von günstigen Zinsbedingungen für öffentliche Kredite. Und deswegen muss Deutschland eine führende Rolle übernehmen. Aber leider in genau dem entgegengesetzten Sinne, wie das das bisher läuft. Bisher läuft die Austeritätspolitik deswegen, weil Deutschland dies wollte. Wir hatten die große Hoffnung, dass Frankreich mit einem neuen Hollande-Ministerpräsidenten eine andere Politik mitbefördert. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Und deswegen sind wir Linke sehr stark daran, auch zu versuchen in Deutschland die Politik zu verändern. Wir müssen europaweit, wir müssen in allen Ländern des Euros eine stärkere Heranziehen der Profiteure der Krise durchsetzen. Und das heißt, wir brauchen eine Vermögensabgabe, wir brauchen eine Vermögensbesteuerung, wir brauchen eine ganz andere Form von Bankenabgabe, damit die Banken auch wirklich in die Pflicht genommen werden. Und das sind Rahmenbedingungen, um dann wirklich eine veränderte, vernünftige sozial-ökologische Umgestaltung der Wirtschaft herbeizuführen. Also insofern, wir brauchen mehr Geld und das muss durch eine Umverteilung bei den Reichen geholt werden. Die Pflichtkirche Die Pflichtkirche